Willkommen zurück zu Let's Flash! Diesmal mit dem Spiel Robot, Unicorn, Attack, Nein, ich bin nicht, Klick oder Abogeil. Ich find die Spiele von GLP einfach nur immer brillant und würd die auch gerne spielen oder spiel sie auch gerne. Und wenn er dann sagt, hey, nehmt das auf und postet das als Videoantwort, warum nicht, ne? Warum nicht? Gut, Click to Play. Okay, übrigens ist das mal 200. das Video, Z, Double Jump und X ist Rainbow Good. Aim for the Stars. Wow, episch. Bam. Wow, geil. Wow, da hatte ich aber Glück, ey. Hm, oh, da hatte ich doch kein Glück. Verdammt. La, 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 ne, ich kann GLP nachmachen, sonst krieg ich hier Ärger, äh, Copyright-Verletzungen und hasse nicht gesehen, ne? So von Fans und meine Güte, ey. Irgendwie nervt diese Frau. Wow. Wow, das war knapp. Babarada. Da, 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 da. Da, 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 da. Wow, heftig. Nein. Oh, komm schon. Ich will den Record von J, von Gilb knacken. Von Gilb. Boah, das war knapp. So, supi. Mal schauen, wo... Boah. Boah. Nein. Boah. Boah. Nein, was mach ich denn? Oh, was mach ich denn? 12.000. Boah, you will fail. Nein, werde ich eben nicht. Nicht dieses Mal. Ich mein, äh, wie schlecht bin ich eigentlich in diesen Flash-Games? Das ist, das ist richtig spaßig, das Game. Ich glaub, da zock ich, äh, mal heute ein bisschen länger als sonst. Also die letzte Folge war ja nur 5 Minuten. Das hat knapp 10 Minuten gedauert bei meiner 2 Megabits-Upload-Sequenz. Jetzt hat der Schäppel wehgetan. Boah. So, Pferdchen nehmen. So, Hüpfchen. Das sind kleine, äh, Einhörnchen da, oder? Boah, dieser dumme Stern. Scheiß, Lauras Stern, ey. Meine Güte. Bam. Da, da. Boah. Nein, was mach ich denn? Oh, ey, bin ich denn noch ganz zu retten? Da, 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 da. Oh, das war ein Glück. Nein, was spreche ich denn über das Pferdchen da drüber? Ah, wenn es ist, hab ich das bekommen. Bam. So, gut. Supi. Das kann man aber ganz schön viele Sterne. Nein, oh. Hm. Noch einmal, dass das, das Spiel hat, macht so Spaß, Leute, ne? Spielt das auch? Ihr könnt mir auch eine Video antworten, mir vor allen Dingen, ne? Ne, das ist, macht so richtig Spaß, äh, boah. Das erinnert mich ein bisschen an Mario. Also, es hat was von Mario, find ich, so. Das ist so ein Jump'n'Run-Spiel, aber es macht richtig Bock. Erinnert mich zwar irgendwie total an, ähm, die Mondeinhörner von einem Pinguin aus Madagascar, aber, oh, guck mal, ein Delfin. Das kennen wir ja noch aus dem letzten Spiel. Haha, haha, genau. Ja, gut. Wow. So, dann mal, mhm. Wow, komm, nimm den noch mit, das kleine Pferdchen da oben. Wow. Super. Nein, was mach ich denn? Oh. Ich will den Rekord von Gilb ganz groß schlagen. Also, richtig, richtig heftig. So, als ob, ja, als ob es kein Morgen gäbe, sondern nur ein Heute. Als ob ich der übelste Pro hier drin wäre. Nein! Was mach ich denn? Äh, aber diesmal bin ich nicht so failig hier, äh. Press Z to... Ah, geht auch. Super. Musste ich grad mit der Maus mal kurz ins Bild. Ich hab die jetzt übrigens außerhalb des Bildes, ne? Nicht, dass ihr euch wundert, wo die Maus abgeblieben ist. Die ist noch da, die ist hier. Uh, da ist sie. Aber jetzt zue ich sie wieder aus dem Bildschirm raus, das nervt. Es ist gar nicht so schwer, die Steuerung. Man muss halt nur, äh, schnelle Reflexe... Ah, aha. So wie ich nicht. Maa, das, das, das richtet mich auf. So, so, so. Und dich noch nehmen. Und Rambok. Mal ganz ehrlich, irgendwie hab ich mir, äh, Pferde lieblicher, äh, Einhörner lieblicher vorgestellt. Und nicht so brutal, dass sie hier so eine Rainbow Attack machen. Schon wieder so ein Delfin, uhuhu. Supi. Ich hab drei Wünsche frei, geil. Und jetzt wünsche ich mir, dass ich unendlich weitere Wünsche frei hab. Boah! Neine Güte, ey. Ich will jetzt den Rekord von GLP schlagen. Scheißegal, wie lange das dauert. Zur Not, ähm... Schneide ich halt was raus. Mir scheißegal. So scheißegal. Aber jetzt bin ich zuversichtlich, dass ich's schaffe. Bam! Na, 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 na. Ja. Boah, Gott sei Dank, so. Nicht auf die Punktezahl konzentrieren. Einfach so drauf. Dann klappt's bei mir nämlich immer. Ich muss mich auf das, komplett auf das Spielgeschehen konzentrieren. Und nicht auf die Punktezahl. Nein! Oh, verdammt. So. Komm her, Pferdchen. Supi, hoch damit. Ja. Dash it. So. Ich bin mehr so einer, der kann spielen, wenn er nicht weiß, wie viele Punkte er hat. Das ist eigentlich bei jedem Spiel so. Bei... Ah, Mensch! Jetzt hab ich auf die Punktezahl geguckt. Wow. 12.000? Ich will 15.000 schaffen. Also, so, dass man sieht, dass ich GLP geschlagen hat und jetzt nicht nachgucken muss. Also, ich will ein anderes Tausenderbereich haben als... in anderen Tausenderbereich haben als GLP. JILP. 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 Ich runtergeplumpst. Ich runtergeplumpst. Nein! Und, 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 und. 22.000! Woo! Hiermit beendet ich dann auch die Aufnahme und sage... Tschüss! Bis zum nächsten Let's Flash! Tschüss! Bis zum nächsten Mal.